hallo und jetzt kommt YouTube beim Klöpparty und der nächste Part vom Münchner Pokal und drücken einfach mal nächste Partie erstes Spieljahr 321 gewonnen jetzt gegen die Sharks d.h. alligate nee alligate ist nicht oder stark heißt Krokodil sowas vielleicht glaube ich ja auf jeden Fall müssen wir heute oder sollten heute Müns gewinnen um ja hier weiterzukommen aber jetzt bei der Torwart komm und und die müssen schon gut aber wie wir haben auch gute Chancen die hält wieder mal alles jetzt geht es jetzt 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 dieser drinnen und und schlechte fast schlechte fast das ist noch scharf Kinder Partie wo er hält die Narbe nach Schuss die Lütte ein Schicht der Mitte eigentlich und im Ausstoß war natürlich keine Chance für den zweiten die 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 vor über die Ich bin noch nicht so gut. 2-0. So kann er noch nicht reingehen. So kann er auch nicht reingehen. Aber sowas kann vielleicht reingehen. Boah! Riesenschance. So kann er auch nicht reingehen. Das ist 2-0. Im ersten Durchgang. So kann er schon überraschen. So sieht er aus. Schade. Boah, nee. Lüller. Nicht das Klappardier. Boah, boah. Gutes Tor. Jetzt müssen wir doch was tun. Aber nicht so. Okay, Ballgewinn. Oh, das steht keiner, das steht keiner. Boah, ja, schade. Boah, ja, schade. Ja, ja, ja. Ey, das gibt's da mit, das gibt's da mit. Was der Tor hat, alles hält Das gibt's nicht, aber Die Sharks, komm Boah, der hält alles Bleib drinnen, Nora Aber jetzt, jetzt Das gibt's nicht Nee Oh, Mann na 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 wo schießt der wo schießt dahin ich tipp links scheiße wie kann man das verlieren wie kann man das verlieren ja boah das gibt es nicht das gibt es nicht kann man das wirklich noch verloren also das ist verloren schießt mit einem schweren golden goal ja geht doch und doch gewonnen jetzt wir sind auf platz 2 und da sage ich bis zum nächsten mal klappert ihr